Der Weg ist schon das erste Ziel. Tausende in gleicher Richtung, zum Flutlicht, zur Freiheit. Lämminge in Stammesfarben, bereit, sich in den Abgrund zu stürzen, der Daheimsieg heißt. Hände schütteln im Würstchenduft, Chancenabgleich. Es ist schlimm und es wird nicht besser. Die Erinnerung klebt Sammelbildchen. Bier in Pfandbewehrten Plastikbechern, damit man was zum Schleudern hat, wenn wieder alles über uns zusammenschlägt. Und damit die Blagen was zum Sammeln haben, hinterher ein Euro das Stück. Uralt und immer wieder neu, der erhebende Moment beim Betreten des Blocks, wenn das satte Grün sich vor dir öffnet. Da drüben, das gottlose Pack vom Anderen Stamm. Die Spiele werden so schön ohne Gegner. Wir besiegen uns ohnehin immer nur selbst. Dann die Jungs, an der Hand von Kindern. Orfsche, Chöre, Alban, auch Verdi, gern genommen, ist nicht besser. Nicht hier. Und da liegt er dann im Kreidestaub. Kugelförmig. Umfang mindestens 68, höchstens 70. Gewicht zu Beginn mindestens 410 und höchstens 450. Mit einem Druck von 0,6 bis 1,1. Das Atmosphären entspricht 600 bis 1100 Gramm pro Quadratzentimeter auf Meereshöhe. Der springende Punkt. Echtes Leder. Jetzt geht's los. 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 Jetzt geht's los.